Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video von meinem Kanal. Ich zeige euch heute mal wieder einen 3x Trick. Und wieder einen ziemlich einfachen und der ganze Trick heißt magische Schnur. Und wenn wir ihn kannten, dann sieht er so aus. Ihr seht schon. Es sieht so aus als wäre hier eine Schnur drin und als würde der Ball nach oben gezogen werden von dem anderen Ball. Und was muss man dazu können? Man muss natürlich einmal die Säulen können. Wenn man die noch nicht kann, dann werde ich die euch hier verlinken. Und wenn man die Säulen dann kann, also praktisch diese Säulen, wo der Ball auf der gleichen Stelle bleibt. Auf der gleichen Seite sozusagen. Dann muss man den anderen Ball hier nehmen. Und einfach mitgehen. Was ich natürlich empfiehlt ist, dass man unterschiedlich farbige Bälle nimmt. Und auch einfarbige Bälle, was für den Effekt natürlich viel größer ist. Das heißt, ihr fangt an mit Säulen. Und dann geht ihr einfach mit dem anderen Ball mit. Und dann zeige ich das Ganze jetzt nochmal in Zeit. Und wenn ihr noch Fragen zum Glück habt, würde ich mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr Vorschläge für weitere Videos bzw. Tricks habt oder Verbesserungsvorschläge, schreibt es auch einfach in die Kommentare. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video noch eine positive Bewertung gebt. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Samstag um 16 Uhr wieder. Und bis dahin. Ciao.